video läuft aber wie viel speichern können wir hier einstich erkennen das andere video mit ausweichzimmer finden sie die frau kicker und polizei wenn sie auf meinem kanal staatsinformationen.de einfach bloß ausweichzimmer eingeben die drei dinge haben alles gesehen oder was sagt das der polizei ich frage mir die polizei hallo polizei braucht ihr hierfür eine bestätigung von einer ärzteschaft oder erkennt ihr das selbst als nadeleinstiche ich sage einfach ich bin das hier tief gestört und die glauben die existenz dieser vergewaltige sekte und wollen sie mal vorbeikommen und mal dieses zimmer durchsuchen oder ja ich bedanke mich